Word 2010 Abbildungsverzeichnis erstellen Wenn Ihr Dokument auch Bilder oder Tabellen enthält, können Sie diese Beschriften und hinterher ein Abbildungsverzeichnis einfügen. Zu Demonstrationszwecken fügen wir in das Dokument drei Bilder ein, die wir hinterher mit einer Beschriftung versehen. Bringen Sie das Bild in die richtige Größe und wählen Sie Zeilenumbruch passend. Wir fügen ein weiteres Bild ein, passen die Größe an und wiederholen die restlichen Schritte von vorhin. Und noch ein drittes Bild wird eingefügt. Nun markieren Sie das erste Bild, indem Sie darauf klicken. Wählen Sie aus dem Register Verweise die Schaltfläche Beschriftung einfügen. Als Bezeichnung ist Abbildung voreingestellt. Auf Wunsch können Sie diese Bezeichnung aus der Beschriftung eliminieren. Bei der Position der Beschriftung haben Sie die Wahl zwischen Über und Unter dem Element. Und schließlich können Sie auch eine vollkommen neue Bezeichnung wählen, zum Beispiel Foto. Auch das Format für die Nummerierung lässt sich den eigenen Vorstellungen anpassen. Die Beschriftung wurde in diesem Fall unterhalb des Bildes eingefügt. Wenn Sie die Beschriftung für das zweite Bild einfügen, wird die Nummerierung automatisch angepasst. Es erhält die Nummer 2. Sie können übrigens auch im Nachhinein Bilder entfernen. Die Beschriftungsnummerierung wird automatisch aktualisiert. Nun suchen Sie die Stelle im Dokument, an der Sie das Abbildungsverzeichnis einfügen möchten. Dies wird in der Regel am Ende des Dokuments sein. Anschließend klicken Sie in der Gruppe Beschriftung auf die Schaltfläche Abbildungsverzeichnis einfügen. Hier lassen sich die Seitenzahlen ein- bzw. ausblenden, dieselben rechtsbündig darstellen und etwaige Füllzeichen auswählen. Unter Format finden Sie einige voreingestellte Formatierungen. Wählen Sie das passende Format aus, bevor Sie das Fenster über die Schaltfläche OK schließen. Das Abbildungsverzeichnis wird eingefügt. Blenden Sie die Absatz- und Tabulatoren-Symbole aus und geben Sie noch eine Bezeichnung ein.